so versuche ich noch so ein paar runden wie immer dann gucken wir mal was es noch gibt so Das war's. Das war's für heute. Gut, ich mach mal was anderes, bis später. Ja, hier ist noch Lucky Lady Charme, aber auch wieder ein reines Log & Win. Ich bleib mal bei Book of Rastix. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar schöne Freispiele. Ich bleib mal bei Book of Rastix. Oh, die ganze Reihe da oben wären 200 Euro gewesen. Ja, gar nicht. Ich bleib mal bei Book of Rastix. 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 Ja. Ich bleib mal bei Book of Rastix. Ich bleib mal bei Book of Rastix. Ich glaube die 200 nehme ich mit. Macht ja eh Pause. Na gut, bis später. Da geht's mal hier weiter mit Shining. Influenza mit Charly Moritz. Das war's. 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 Das war's.